Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir häkeln heute mit euch so ein schönes Muster. So schaut das Muster aus, passend mit Sicherheit, sehr gut für Schalt, Tücher, aber auch für Oberteile. Also ich wünsche euch viel Spaß und wir starten einfach mit dem Häkeln. So, jetzt machen wir folgendes. In die vierte Luftmasche stiche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die vierte Masche einschlagen, einstichen und das erste Stäbchen häkeln. Und jetzt häkeln wir in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Und so häkeln wir dann weitere Stäbchen. Die Anzahl an Stäbchen soll teilweise durch sechs sein, plus ein Stäbchen. Also die Luftmaschen hier, die drei zählen wir auch mit. Also drei, drei, dann jeweils immer sechs, sechs, sechs plus ein Stäbchen. So und die zweite Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, verschwinde das Ganze und häkle hier sofort in die erste Masche auch ein Stäbchen, eine feste Masche. Jetzt häkle ich zwei Luftmaschen, überspringe zwei Stäbchen, in das dritte Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in dieselbe Stelle nochmal ein Stäbchen, ein Stäbchen häklein. Dann zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen überspringen, eine feste Masche häklein. So schaut's aus und dieses Element wiederholen wir stets. Zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen, das erste Stäbchen häklein. Zwei Luftmaschen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen häklein. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen überspringen, in die dritte Masche eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, zwei überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen häklein. Zwei Luftmaschen, zwei überspringen, eine feste Masche. So schaut es aus. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen überspringen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen häklein. Zwei Luftmaschen und jetzt zwischen den beiden Maschen ein Stäbchen, eine feste Masche häklein. So schaut es jetzt aus. So die nächste Reihe beginne ich mit vier Luftmaschen, Wende das Ganze und häkle hier mittig in die Mitte häklein. Also ein Umschlag, hier ein Stäbchen, Faden holen, lang 10, zweiten Umschlag, Faden holen, lang 10, dritten Umschlag, Faden holen, lang 10. Jetzt habe ich so viele Schlingen, den Faden durch alle Schlingen durchziehen und jetzt zwei Luftmaschen. Das Ganze wiederholen wir. Umschlag, ein Stäbchen, Faden holen, lang 10. Umschlag, ein Stäbchen, Faden holen, lang 10. Und nochmal den dritten Umschlag, Faden holen, lang 10. Jetzt habe ich alle Schlingen durch alle Schlingen durchziehen, zwei Luftmaschen. Und das wiederholen wir noch einmal. Also Umschlag, ein Stäbchen, Faden lang 10. Den zweiten Umschlag, den dritten Umschlag, Faden lang 10. Den Faden durch alle Schlingen durch, eine Luftmasche. So schaut das aus. Und dieses Element wiederholen wir dann stets. Jetzt stehe ich hier mittig ein und häkle genau das gleiche. Also Umschlag, hier ein Stäbchen, Faden holen, lang 10. Zweiten Umschlag, Faden holen, lang 10, dritten Umschlag, Faden holen, lang 10. Zwei Luftmaschen. Und nochmal. Eine Büschelmasche häkeln mit drei Umschlägen. Zwei Luftmaschen und die dritte Büschelmasche. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. So schauts aus. Und das Ganze wiederholen wir. Hier mittig genau das gleiche. Also drei Büschelmaschen. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und die dritte. Zwei Luftmaschen und die dritte. Eine Luftmasche. So schauts aus und so häkeln wir dann bis wir am Ende der Reihe ankommen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe und da häkle ich jetzt hier in die feste Masche häkle ich ein Doppelstäbchen. Also zwei Umschläge hier einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlägen durch, die zweiten zwei durch und die dritten zwei Schlägen durch. So schaut es aus. Jetzt sehen wir die nächste Reihe. Und zwar ich beginne mit vier Luftmaschen. Wende das Ganze. So dann häkle ich hier. Wir haben ja hier diese drei Elemente. Hier zwischen den ersten und den zweiten stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Dann hier einstechen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Jetzt hier zwischen einstechen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Jetzt hier zwischen einstechen, eine Luftmasche. Dann hier einstechen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Zwischen den beiden Elementen einstechen. So schaut es aus. Also wir stechen hier ein und zwischen diesen Büschelmaschen hier einstechen und jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dazwischen eine Luftmasche. Also Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Und so häkeln wir bis hier am Ende der Reihe ankommen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Und da habe ich ein Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und jetzt hier zwischen stehe ich ein und häkle ein Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir das Muster ab der ersten Reihe. Jetzt häkeln wir die Stäbchenreihe. Also ich beginne mit drei Luftmaschen. Wende das Ganze. Und jetzt häkle ich praktisch in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Also hier zwischen ein Stäbchen häkeln. Dann hier in das Stäbchen auch ein Stäbchen. Hier zwischen den Stäbchen ein Stäbchen. Und in das Stäbchen auch ein Stäbchen. So häkeln wir dann die Reihe zu Ende. So jetzt bin ich hier am Ende der Reihe und da häkle ich. Hier habe ich ein Stäbchen gehäkelt und hier in den Bogen häkle ich noch zwei Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. So schaut das aus. Und jetzt wiederholen wir die zweite Reihe. Genau so. Also ich beginne mit einer Luftmasche. Wende das Ganze. Und häkle hier sofort in die erste Masche eine feste Masche. Jetzt erkläre ich zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen. In die dritte Masche ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen. Eine feste Masche häkeln. So dieses Element dann wiederholen wir stets. Also dann wieder zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Eine feste Masche. Und wie gesagt das Muster wiederholen wir dann stets. Zweite, dritte und vierte Reihe. Natürlich habe ich die ersten. Jetzt häkeln wir die zweite, dann die dritte und dann die vierte Reihe. So. Ich häkle dann noch ein paar Reihen. Und dann schauen wir wie das Muster ausschaut. So. Ich habe jetzt noch einen Mustersatz dazu gehäkelt. So schaut das Muster aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Würde mich auch sehr freuen. Schreibt eure Wünsche, Kommentare oder einfach Fragen. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Smile. Tschüss. Tschüss.